Astra, Colada, Astra, Astra Astra, Colada, Astra Colada, Astra, Astra, Colada Astra, Colada Astra, Colada Willkommen bei einer neuen Folge. Folge 27. Astra Colada. Es geht los. Ich bin da, Hauke Hohreis. Mensch, Macher und mystifizierter Multimillionär aus der Hebebühne. Und vor mir sitzt gerade Daniel Hötmann, die gute Seele des Schrödingers. Und der Astra Stufe. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Mensch. Wie geht's dir? Mir geht's voll gut. Ich hab voll gute Laune. Weil du keinen Sekt trinkst? Weil ich keinen Sekt trinke, genau. Nee, Alkohol vertraue ich nicht mehr. Das ist vorbei mit dem Alkohol. Wie kommt's dazu, dass du so gute Laune hast? Ich kann's dir gar nicht sagen. Irgendwie, weiß ich nicht. Draußen scheint die Sonne. Es ist nicht mehr so brüllend warm, was ich total schön finde. Es ist aber trotzdem Sonne. Heute ist mein letzter Tag im... Astra Colada-Universum. Nein, das nicht. Im Stadtpark. Heute ist das letzte Konzert von dem Johannes Seier im Oerdingen. Was? Heute ist noch ein Oerdingen-Konzert? Heute ist noch ein Oerdingen-Konzert. Ich wäre nämlich fast heute nicht hingegangen, weil du nämlich gesagt hast, Sonntag ist keins. Alle haben mir gesagt, ja, letzte Woche sind die letzten zwei Oerdingen-Konzerte. Drei. Es sind drei. Und ich hab's nur durch Zufall gemerkt, weil Illy dann gestern sagte, wo ich abgehauen bin, so, ey, bis morgen. Ich so, nee, morgen ist nicht. Äh, doch. 15. Konzert. Weil die ersten Konzerte waren nämlich nur zwei. Freitag, Samstag. Ach so. Weißt du denn heute schon, wer Stargast ist? Äh, ja. Ina Müller. Schon wieder? Ja, weil die Bock hat. Ach so. Ja, ist ja langweilig. Für mich nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ach so. Hab ich gesehen. Fand ich okay. Haben die beiden sich ihre Liebe sozusagen auf der Bühne nochmal ins Gesicht gebrüllt. Ja, machen sie dann heute Abend wahrscheinlich auch nochmal. Genau so. Getimed. Haben sie in der Küche geübt. War super. Ähm, wie geht's mir? Äh, danke der Nachfrage. Ja. Ähm, mir geht's so, hm, ich hab letzte Woche Montag ganz groß rausposaunt, dass das meine Partywoche wird. Ja. Weil wir hatten Dienstag ja ein wunderschönes Konzert. Ich finde das beste Konzert, was wir bisher im Schrödinger Skate haben. Auf jeden Fall, das Cold Years-Konzert. Cold Years. Das war der Hammer. Also nicht nur, weil das Konzert so unglaublich Hammer gewesen ist, sondern erstens geile Gäste. Zweitens, der Club ist endlich fertig. Man muss halt so sagen, ne, man hat immer noch ein bisschen gebaut und hier noch ein bisschen an der Technik und da noch ein bisschen beim Licht und dann noch ein paar Zäune und so. Und hier noch ein bisschen am Konzept und an den logistischen Wegen und so. Das war dieses geil, jetzt ist auch da alles fertig. Und die haben ein wahnsinnig tolles Konzert gespielt. Haben sich mega gefreut. Cold Years ist eine Band aus England mit einem Schotten, weil ich hab gerade gesehen, irgendwie jemand, als ich gesagt habe, wir hatten hier beim letzten Podcast mit so einem kleinen Snippet drin, ja, Cold Years ist eine schottische Band. Stimmt nicht? Nur der Bassist ist ein Schotten. Ganz richtig. Den verstehst du halt nicht. Ich hab mich wahnsinnig gut mit Fraser verstanden, mit dem Schlagzeuger. Ja, ist noch ein cooler Typ. Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall ne Menge Sekt getrunken und nachher kleine Rammstein-Parodien rausgehauen. Ich hab's gesehen. Er liebt Rammstein. Aber das ist so niedlich, wenn der kleine, dicke, englische Schlagzeuger dann so, du, du hast mich geflaggt. Nee, das war ein Hammer-Konzert. Also wirklich, die Leute waren total gut drauf, die da waren. Die haben ja noch extra Merch gemacht, nur für Hamburg. Siebdruck-Poster mit dem Datum und Schrödingers drauf. Dann extra T-Shirts, ja auch noch, nur für Hamburg. Was stand drauf? Cold Years, Paradise City. Und dann unten drunter, dann halt auch Schrödingers und das Datum. Voll schön. Also einfach... War ja auch ihre Release-Show. Genau. Ich mein, die sind halt aus England hier rüber geflogen, um ihre Release-Show im Schrödingers zu spielen. Was halt super sympathisch war. Und ich hab das Gefühl gehabt so, dass halt alle coolen Leute, die auch aufs Reeperbahn-Festival gegangen sind, da waren. Auf jeden Fall. Es waren so viele Leute da. Es war so schön. Ich musste mich halt wirklich zurückhalten, nicht mit allen Leuten um an Feiern zu gehen. Und weil ich am Mittwoch wieder einen Großteil von diesen Menschen gesehen hab, hab ich mich gefreut, dass ich es nicht getan hab. Weil du auf dem Reeperbahn-Festival warst. Weil ich auf dem Reeperbahn-Festival war. Siehst du. Na, ich war ja nicht direkt auf dem Reeperbahn-Festival. Ich war beim sogenannten Booker-Saufen. Unser Booker, Torben Meier, Head of... Beer. Head of Beer and Head of Wizard. Er lädt halt immer ein an einen Kiosk, das direkt neben dem Lehmitz ist. Wusstest du, dass es Lehmitz dicht hat? Ja. Habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Da kommt jetzt so ein Outlet-Store rein. Ganz, ganz schrecklich. Jedenfalls lädt er halt ein, seit, glaube ich, fünf oder sechs Jahren, einfach zu einer Facebook-Veranstaltung. Ja, steht nur Booker-Saufen. Und am Anfang waren das irgendwie, weiß ich nicht, so 20 Leute. Und das ist immer so das Highlight, am Mittwochabend aufs Booker-Saufen zu gehen und dann bis vier Uhr morgens dort am Kiosk zu stehen und Alkohol zu trinken. Und das ist, glaube ich, für den Kioskbesitzer das Geschäft seines Lebens. An dem Tag auf jeden Fall. An dem Tag halt auch. Und war auch da, war auch schön. Sie haben auch versucht, Corona-Regeln halt einzuhalten. Beziehungsweise irgendwann kam die Polizei vorbei, als da so 30 Leute standen. Und dann war der Kioskbesitzer ganz, ganz lieb, ist rausgegangen, hat die Leute halt in ihre, weiß nicht, Positionen gebracht, wo sie halt stehen sollten und so. Das haben alle auch ganz lieb gemacht, sind ja alles Veranstalter, haben das alles sofort gecheckt und so. Und war halt auf so einer Fläche von, weiß nicht, 100 Quadratmetern, ne, mehr, 300 Quadratmetern, waren alle gut aufgeteilt und so. Kein Stress mit der Polizei, alles lieb gewesen, total cool. Wahnsinn. War mein Mittwoch. Und deshalb habe ich Mittwoch genauso weitergemacht. Nee, gar nicht wahr. Ich habe Mittwoch aufgehört, um Donnerstag genauso weiterzumachen. Das war toll. Hast du, äh, hast du denn auch schon die, äh, die Hotline angerufen eigentlich? Die Katzen-Hotline? Ja. Und hast du gesagt, hallo, ich bin, äh, Dagobert Duck? Nein, habe ich noch nicht. Ich, ich habe einen Wollknäuel rausgekotzt und... Möchtest du jetzt über die Katze sprechen? Oder wir haben ja auch einen Gast, der vielleicht auch eine Meinung dazu hat, der vielleicht äußern möchte, um dann über die Katze zu reden. Das können wir auch machen. Okay, weil ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, unser Gast hat so viele positive Energie, dass, ähm, der dich ja vielleicht auch ein bisschen so Cancel-Culture-mäßig so zurückholen könnte. Ja, das könnte sein. Aber ganz kurz, äh, wusstest du, dass Attila Hildmann Dienstag in Hamburg war? Nein. Ja, Attila Hildmann war Dienstag in Hamburg, er hat sich, äh, in ein Hotel, äh, äh, eingecheckt. Und sich erhängt. Ne, das hat er nicht, er ist dann mit seinem Hund dummerweise in die Schanze gegangen. Das war, äh, das Problem. Er wurde sofort erkannt und es kamen sofort, äh, verpiss dich, du Drecks-Nazi-Sprüche, äh, die, äh, ich weiß nicht mal, ob es Linke waren oder einfach nur Schanzenleute, äh, haben dann angefangen, ihn halt hart zu bepöbeln und hart zu beleidigen. Ähm, dann ist er abgehauen, hat auf dem Weg noch, äh, wahllos einfach andere Menschen angepöbelt, die wiederum dann die Polizei angerufen haben und Attila Hildmann dann, äh, ja nicht angezeigt, aber gesagt haben, ey, Attila Hildmann läuft hier rum und, äh, der pöbelt halt hier Leute an. Die haben dann rausgefunden, in welchem Hotel er ist, sind dann zu diesem Hotel gefahren. Leider ist Attila Hildmann da schon wieder ausgecheckt. Mega gut, oder? Ja, großartig, der ist halt mit seinem, äh, giftgrünen Porsche hier vorgefahren und, äh, hat natürlich dann sofort für Aufmerksamkeit, äh, gesorgt und, ähm, ja, da war die Schanze ein bisschen in Aufruhr. Meine Fresse, kannst du dich als Attila Hildmann auch nicht mehr irgendwie in den coolen Spots halt bewegen? Nee, kannst einfach mal nicht in die Schanze gehen und sagen, oh, hier ist aber schön, hier sind sie alle vegan. Wenn du halt ein Drecks-Nazi bist, kannst du es halt nicht machen. Musst du dir halt irgendwie einen anderen Place-to-Be suchen. Ja, musst du halt irgendwie zu den, ja, und hast du gehört, dass Bremen, äh, äh, die Reichsflagge verboten hat? Nein. Ja, Bremen hat als erstes Bundesland, äh, die Reichsflagge verboten. Aber es ist ja nicht die Reichsflagge, es ist ja die Kaiserreichsflagge, ne? Also beide Flaggen sind auf jeden Fall, es ist ja eins, es ist wieder das andere, sind auf jeden Fall in Bremen jetzt verboten. Das finde ich eine ganz gute Eigenschaft. Das ist mega, schön linksgrün versifft, ist doch großartig. Voll, wenn der Verein es nicht mehr bringt, dann kümmern sie sich halt um die recht wichtigen Sachen. Genau, ich wollte gerade sagen. Ich habe da noch einen Nachtrag, und zwar zu letzter Woche. Ich habe letzte Woche ja gesagt, beziehungsweise habe gesagt, Moria ist, äh, in Herr der Ringe, das dunkle Land mit dem Schicksalsberg. Das ist natürlich Bullshit gewesen, absolut. Es ist natürlich Mordor. So, Mordor ist Land of Schicksalsberg. Richtig. Moria ist, äh, das Zwergengrab. Das, das, äh, die Zwergenhöhlen. Die Zwergenhöhlen, beziehungsweise die große Grabstätte, wo sie dann, äh, in Herr der Ringe die Gefährten eingesperrt sind, von Orks gejagt werden. Auch alles dunkel, auch alles düster. Ist fast das Gleiche. Ist fast das Gleiche, nimmt sich nicht so viel. Also erstmal dafür sorry. So, und ansonsten, äh, HSV, ich habe den Job nicht bekommen. Oh nein. Ich habe den Job nicht bekommen. Du bist zu links. Ich, ich bin zu links, ja. Ich hoffe, die haben es genau so gesagt. Entschuldigung, Herr Hohreis, aber für den HSV sind Sie zu links. Ja. Ihr hättet das Geld gut gebrauchen können, aber mein Gott. Ich habe mir Gott sei Dank eine Visa-Karte, mit der ich ja gerade momentan alles bezahlen kann. Ähm, ansonsten haben wir jetzt heute hier einen Gast. Hallo, ich bin Julius, freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo, Julius. Genau. Hallo, Julius. Ich betreibe das Freundlich und Kompetent und das Birdland in Hamburg. Und, ähm, ja, ich finde das sehr gemütlich hier bei euch auf der Hebebühne. Ist schön. Schöne Club-Atmosphäre hier drin. Es riecht nach Club. Es ist Sonntag, tagsüber. Wir trinken Sekt. Wir trinken jetzt schon ein kleines Sekt-Frühstück hier. Die Reste von gestern und, äh, aber auch, äh, eine Orangenlimonade habe ich gereicht bekommen. Also, ich fühle mich pudelwohl bei euch. Du warst noch niemals in einem Podcast, oder? Nein, ich bin, äh, völlig, ähm, wie sagt man, unbedarft. Ja. Jungfräulich in den ganzen Scheiß hineingerutscht. Genau. Aber ich finde das sehr schön, euch zuzuhören. Also, es macht auch Spaß, einfach hier zu sitzen und, äh, euren Geschichten zu horchen. Und ich habe auch direkt schon Sachen erfahren. Ich wusste nicht, dass es Lehme zum Beispiel zu hat, weil ich letztes Jahr noch eingeladen vor der Erdinger Brauerei zum Erdinger Herbstfest, so Oktoberfestvergleich, war immer ein Riesenfest. Und da habe ich auf jeden Fall den David kennengelernt, der, ähm, mit seiner Freundin zusammen, die, ähm, das ist sehr unangenehm, mir fällt ihr Name gerade nicht ein, Ilsa, ist egal, äh, schnell, ähm, Davids Freundin. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall ganz lieb die beiden und die haben diverse Läden, ähm, unter anderem das Lehmetz, so. Das ist, glaube ich, so. Und, ey, krass, ja. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das jetzt gerade im Sinne von, äh, Corona dich gemacht hat oder ob die schon vorher gekämpft haben. Oh Mann. Also ich weiß, dass die schon vorher gekämpft haben, aber ich fand das Lehmetz eigentlich, ich bin kein Stammgast im Lehmetz gewesen, aber ich fand das Konzept eigentlich total cool, dass sie so einen Rundresen gehabt haben. Richtig geil, ja. Und wenn sie Bands bei sich spielen lassen haben, mussten die Bands halt teilweise auf dem Tresen spielen. Ich glaube, ja, immer. Und das fand ich total gut eigentlich. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ja, wenn ich ins Lehmetz reingehe, gehe ich wieder zurück in das Jahr 1996. Auch das, ja. Ich war auch, glaube ich, nur ein- oder zweimal da, weil dann auch irgendwie Tina, kennt ihr bestimmt auch, äh, Musikerin. Achso, äh, Tüna. Tüna. Tüna, ja. Das ist total witzig, weil Tüna macht nämlich heute unsere letzten, letzten Worte. Ach, guck mal an. Ah. Ja, siehst du wohl. Wie lustig. Lieben Grüße, alles Gute. Ja, sie war gestern auch bei uns im Freundlichen Kompetenzzugast. Ja, guck mal. Ah, die ist aber, die verkauft sich aber auch für jeden hier. Ja, ne? Und die hatte ich auf jeden Fall einmal, sie war damals noch mit, äh, einem Mitarbeiter von uns zusammen. Auf jeden Fall haben wir sie dann mal besucht. Und da hat sie dann so Cover-Mucke halt gemacht. War aber richtig geil. Also, hat voll Bock gemacht einfach und sich da schön rein klöttern. Man sitzt ja dann direkt vor den Musikern sozusagen und, ja, funktioniert auf jeden Fall. Und klar, ist ja natürlich auf Touristen irgendwie ab, äh, gemünzt. Aber wie so viel ist auf der Reberbahn und, ey, geile Cover-Mucke, Rock'n'Roll, ich fand's gut. Wie gesagt, jetzt ist da ein Outlet-Store drin. Ja, aber es ist ja halt auch so, es ist halt Kiez. Also, wen interessiert's? Also, also ich, also ich empfinde das so. Der Kiez ist mir, äh, also ob da irgendwas hinkommt oder, oder halt, äh, nicht, äh, um was da hinkommt, ist mir vollkommen wurscht. Solange das Molotow noch da ist, ist mir alles andere. Ja, aber du hast doch nicht so eine Kiez-Vergangenheit. Ne, das stimmt, das hab ich auch nicht. Ja, das ist richtig. So, ich empfinde, als Mensch, der eine Kiez-Vergangenheit hat und eigentlich noch, äh, den Hamburger Berg nicht als Touri-Meile kenne, sondern als, ähm, Ort für Studenten und, äh, Subkultur. Weil das war's ja wirklich so. Man hatte, man hatte Konzerte im Nachtlager und Konzerte im Headcrash, die total gut gewesen sind. Da waren total coole Bands halt auch auf dem Headcrash. Und, ähm, so wie jede einzelne kleine Kneipe hatte so ihr eigenes Konzept und das wurde dann irgendwann so zwölf, äh, 2011, 2012, 2013 so gekippt, hab ich das Gefühl. Und halt auch noch, ähm, als die Esso-Häuser noch bestanden und das Molotow noch auf der, auf der alten Seite gewesen ist und mit dem Hörsel und so. Eigentlich fand ich den Kiez, so wie ich ihn miterlebt habe, nicht ganz so Touri-mäßig. Ich meine, ich hab's halt gehasst, so, große Freiheit war schon immer scheiße für mich. Aber kommst du aus dem, aus dem Kiez-Umfeld eigentlich? Hamburger, also, und auf jeden Fall hab ich da auch, äh, meine Jugendnächte verbracht und jedes Wochenende unterwegs gewesen, so, definitiv. Aber jetzt auch schon sehr lange nicht mehr so, also wenn gezielt auf Konzerte so. Ja. Aber, wobei, wenn's irgendwie einmal, zweimal im Jahr passiert, kann man auch trotzdem irgendwie, ich meine, mit den richtigen Leuten, egal wo, aber kann's auch mal lustig sein. Und, äh, genau, kürzlich hatten wir doch hier Club-Kombinat, ähm, Jahreshauptversammlung und das war auf dem Donnerstag, glaube ich, das war im Molotow-Backyard. Und dann auf dem Weg nach Hause war's vielleicht, ich weiß es grad nicht mehr, vielleicht 21 Uhr, 20 Uhr, aber ... Für dich. Ja. Ich war auch da. Auf jeden Fall war ja nicht so viel los auf dem Kiez so, aber ich fand eigentlich da den Vibe ganz okay, so. Weil man aber auch einfach so, weil irgendwie die Clubs irgendwie laute Mucke hatten, es wirkte so ein bisschen normal und, äh, ich hab direkt ein bisschen Bierdurst bekommen. Hatte ja auch schon ein, zwei drin, aber ... Du bist doch noch relativ jung, oder? Ähm, relativ, aber auch älter als ich aussehe. Also ich bin 37 tatsächlich. 35? 37. 37. Genau. Ja, du bist ja noch richtig jung. Ich weiß nicht, wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin 21. Wow. Ja, gut. Gut gehalten auch noch dafür. Ja, denkst du. Innerlich bin ich 100. So, wie kommt so ein junger Typ eigentlich dazu, in Hamburg Club zu machen? Ähm, ja, klar. Ja, die Frage habe ich natürlich schon oft gestellt bekommen. Also im Endeffekt, ich habe Hotelfachmann gelernt, einfach mal erstmal irgendwie eine Ausbildung machen. So auch echt jetzt nicht so aus voller Überzeugung, sondern erstmal was machen. Vorher auch schon in der Gastro gearbeitet irgendwie. Da habe ich meinen heutigen Compagnon Julian kennengelernt. Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht und im Hotel Hafen Hamburg gelernt. Und dann war irgendwie, ja, Gastro bockt auf jeden Fall. Hotel definitiv nicht. Das ist halt echt, ja, Hotelknecht so. So, der Begriff kommt nicht von ungefähr. Auf jeden Fall, ich sage immer, da habe ich auf jeden Fall echt gelernt zu arbeiten so. Und was glaube ich, und für sehr wenig Geld, für sehr, sehr wenig Geld. Und das ist einfach eine sehr gute Voraussetzung, um sich selbstständig zu machen. Und ja, so haben wir dann echt zum Ende der Ausbildung gesagt, ey, lass machen. Und dann haben wir irgendwie ein Jahr geplant, währenddessen noch anders gejobbt. Und dann ging das los. Mit was denn? Mit dem freundlich und kompetent. Sofort mit dem freundlich und kompetent. Ja, ja. Und ihr seid immer noch Partner. Ja. Krass. Und wie alt warst du da, als ihr angefangen habt? 24. 24. Krass. Und sah aus wie 17. Das ist auch manchmal noch so geil, wenn man jetzt so Fotos sieht so. Und ich habe auch tatsächlich irgendwo beim Schnaps kaufen, beim Supermarkt, weil dann musste ich, ich erinnere, auch einmal so, dann, ja, haben sie den Perl so dabei? Ich so, ey, ich darf das Zeug sogar verkaufen. Schön in die Metro, mit Metro. Ja, aber, genau, damals 2007, Dezember haben wir geöffnet, 15.12.2007, in der Gertigstraße 57. Bei mir um die Ecke, Alter. Also schön der Osten von Hamburg. Ja, Barmbeck. Barmbeck. Nee, Winterhude ist es, ne? Winterhude, ja, genau, Winterhude. Grenze, Barmbeck. Das war so eine Eckkneipe, direkt vor uns war da irgendwie, ja, halt echt eine nicht so gut laufende Kneipe drin. Peoples hieß das, davor auch irgend so was ähnliches, so eine Kneipe. Und davor war das, äh, war der Downtown Blues Club, die haben da angefangen. In dem Laden, wo ihr dann reingegangen seid. Genau, und das war ganz witzig, also haben wir dann irgendwie nach und nach erst mitbekommen. Äh, die hatten echt, hinterm Tresen hing noch so ein, äh, Knüppel, einfach von so einem Stuhlbein. So nach dem Motto, wenn es mal Ärger gibt, hast du irgendwas, was du greifen kannst. Mussten wir zum Glück niemals einsetzen, aber da war noch Downtown eingeritzt, so. Das war ganz lustig. Haben wir jetzt irgendwann, ich glaube letztes, vorletztes Jahr oder so, äh, Artyom, äh, vom Landhaus überreicht, feierlich. Ah, das war süß. Okay, da warst du sozusagen 24 und dein Mitstreiter war auch? Auch, ja, sowas, als ein Jahr, ja, war er 25, irgendwie sowas, 24, 25, ja. Und dann ging es sozusagen in den alten Downtown Club? Äh, ja, genau. Also es war halt echt eine Eckkneipe, die nicht, wo drei, vier Stammalkis, äh, abhängen, so. Also ein Laden, der überhaupt nicht läuft, so. Er hatte aber immer, ähm, sehr selten, aber Livemusik und eine Konzession dafür und eine kleine Bühne. Und wir haben halt unser Konzept so umgesetzt. Wir hatten halt echt, ja, im Vorfeld wirklich uns überlegt, wie das aussehen soll. Und im Kern ist es immer noch das, also ganz viel Programm. Damals noch sieben Tage die Woche geöffnet. Inzwischen sind es dann nur noch sechs, vor Corona, jetzt noch weniger, egal. Drei. Ähm, nee, genau. Genau, und dann, also ohne Angestellte, ist halt ein kleiner Laden gewesen, einfach sieben Tage die Woche. Wir haben sogar damals, wo wir aufgemacht haben, dachten wir noch, ja, man kann ja auch schon ein bisschen Kaffeegeschäft vielleicht mitnehmen. Ich meine, es war echt eine, auch schon abgefuckte kleine Kneipe, so. Äh, aber dann haben wir dann um zwölf Uhr mittags aufgemacht. Und dann, ja, kannst dir vorstellen, wie lange die Schichten denn gingen. Und dann sieben Tage die Woche. Das haben wir dann nicht so lange gemacht, weil wir haben auch gemerkt, dass zum Kaffeetrinken auch keiner kommt. Aber, ja, so ging das los. Und dann haben wir da viel gelernt, viele Stunden verbracht. Und nach, ja, großem Freundeskreis, viele Helfer, Maler, Elektriker, die uns einfach alle geholfen haben. Sonst wäre das auch gar nicht gegangen. Also mit sehr, sehr wenig Kapital gestartet natürlich. Aber geil, also hat, ja, Gott sei Dank funktioniert. Wurde so, wir haben auch irgendwie einen großen Freundeskreis gehabt. Oder Gott sei Dank immer noch. Der immer halt bei euch auf Personalpreis gesoffen hat. Da haben wir tatsächlich von Anfang an, da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, haben wir ganz klar gesagt, okay, wer bekommt, äh, wer kommt. Wer bekommt, bekommt richtig. Ja, genau. Nee, aber tatsächlich, egal ob Freund, äh, Freundin, wie auch immer, wir haben gesagt, werden Getränk bestellt, bezahlt ist ganz normal. Und dann haben wir für uns gesagt, klar, man will auch mal einen ausgeben, aber was bestellt wird, wird normal bezahlt. Und dann hauen wir lieber nochmal einen Shot dazu raus. Das haben wir echt so als unsere Regel auch durchgezogen. Und diese Regel besteht seit 2007 immer noch. Ja, jetzt ist das schon ein bisschen aufgeweicht, so jetzt kann man sich auch hier und da mal was erlauben, so kann man auch mal einen springen lassen, aber. Ey, aber Respekt dafür, dass ihr schon wirklich seit, äh, 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 13 Jahren. 13, ja, Dezember, 13-Jähriges. 13-Jähriges, also erstens mit, ich finde es total cool, dass es immer noch die gleiche Konstellation ist, dass man sich so lange an einem Partner hängt, weil, klar, man macht zusammen Geschäft aus, und Geld ist immer ein Grund, um sich halt hart zu streiten. Definitiv, klar. Und das zeugt ja davon, äh, wie cool ihr schon so miteinander seid. Also jetzt bin ich ganz neidisch, jetzt würde ich, jetzt würde ich, jetzt würde ich ganz neidisch, wenn ich dich halt gerade ansehe. Wieso? Nix. Ey, wir haben kein Geld, wir können sich über Geld streiten. Wir haben nur unsere Liebe. Und, ähm, zweitens finde ich das halt so faszinierend, dass du halt so ein, so ein Laden halt über 13 Jahre, plus mit, mit Stellungswechsel, wollte ich gerade sagen. Ich wollte nämlich gerade sagen, Stellungswechsel. Wann, wann, wann musste der nochmal raus? Wann war das? Also nach sieben Jahren, also 2014, genau. Warum? September, Mietvertrag ist ausgelaufen. Und die wollten nicht mehr? Ne, also das Ding war, als wir angefangen haben, äh, da war es ein Eigentümer, irgendeine Privatperson, und ganz kurz, nachdem wir, ähm, unterschrieben hatten, angefangen hatten, hat es halt ein größerer Konzern übernommen. Und tatsächlich war ganz witzig, weil, ich weiß nicht mehr, ob es der erste Monat war, oder in den ersten Monaten auf jeden Fall kam dann halt irgendwie so ein Anzugträger rein und fragte, wer wir seien. Wir fragten dann ja, wer bist du denn? Und er sagte dann ja, der Eigentümer, und das war dann, die wollten uns tatsächlich direkt zu Anfang wieder rauskaufen. Ja, klar. Gaffer macht's möglich, dass es irgendwie hält. Und wir haben natürlich auch eh alles selbst gemacht, aber es hat halt sicherlich auch, äh, dann seinen Charme so gebracht. Aber zum Schluss war es schon echt schlimm und, äh, hatten das schon hart zu kämpfen, auch mit Sanitärproblemen, tieferliegenden, die der Eigentümer hätte, äh, angehen müssen. Aber wie auch immer, also, ja, dann war die Zeit auch irgendwann reif. Zu gehen. Äh, genau. Und dann gab's nämlich die große, heute ist der letzte Tag freundliche Kompetentparty. Ach was, äh, alter. Warst du da? Natürlich war ich da. Wir hatten Konzerte in der Astra-Stube, das weiß ich noch. Und das war sowieso immer mein Nachhauseweg, ne, die Straße runter. Und ich weiß noch, dass ich mit einem Car-to-Go gefahren bin und ich bin um die Ecke gefahren und hab vom Weiten schon gesehen, dass die ganze Straße halt voll mit Menschen war. Und ich so, ach, dann parke ich mal hier. Hab dann halt irgendwo rechts geparkt, so. Und es war einfach, es war, wie gesagt, eine Eckkneibe. Und es war, es waren einfach nur Menschen da. Es waren einfach nur Menschen da. So, die standen halt draußen überall und, Alter, ich war so besoffen an dem Abend. Es war echt der Wahnsinn. Also, größeres Dankeschön hätten wir nicht tun können. Es war, also, es war, der letzte Tag war halt ein Dienstag, so. Und wir haben gesagt, alles klar, ab 19 Uhr machen wir, nee, Quatsch, ab 17 Uhr, ganz normal haben wir aufgemacht. Oder 16 Uhr, irgendwie so. Also, auf jeden Fall, ab 19 Uhr kam tatsächlich das erste Mal die Polizei. Zum Glück alles friedlich, aber die Straßen waren halt blockiert. 19 Uhr, es war so voll, es war echt ein Straßefest. Und die Polizei kam und meinte, sie müssen die Straße räumen, weil die Autos sind nicht mehr durchgekommen. Die meinten, sonst müssen wir räumen und dann ist die Party natürlich vorbei. Aber die waren auch, ja, piecig drauf, alles gut. Und zum Glück viele Stammgäste, die dann gesagt haben, hey, mach mal Platz auf der Straße. Da gibt es auch noch so geile Fotos, wo du dann irgendwie, irgendjemand sitzt mit so, mit so einem Sofa irgendwie auf der Straße und so ein Scheinwerfer leuchtet ihn so an. Das ist richtig geil. Das ist absurd. Aber, ey, es war absurd. Echt, wir haben schon gedacht, da kommen schon ein paar Leute, aber gut, ist ein Dienstag. Man zwingt sich ja auch die Erwartungen, klein zu halten. Auf jeden Fall, es war krank. Es war so schön und ja, sehr emotional. Wahnsinn. Du musst dir vorstellen, das ist mitten in Winterhude, ne? Also ich wohne ja auch da und Winterhude ist halt so, die Muddys mit ihren dicken, dicken Wagen fahren halt zum Bio-Händler um die Ecke und kaufen sich da halt ihr Bio-Essen ein. Und wenn diese Leute dann halt auch noch nicht durch ihre Straße können, dann ist aber was los. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was glaubst du, wie schafft es eigentlich ein Laden, der nicht in den Szenestadteilen stattfindet, also wirklich nicht im Westen stattfindet? Warum schafft er das da im gefährlichen, ich würde mal sagen, im gefährlichen Osten so einen Hype zu kreieren? Was glaubst du ist das Geheimrezept? Weil es muss ja irgendwie auch ein Geheimrezept da sein, weil er ja auch schon seit 13.000 Jahren überlebt. Ja, ich glaube im Endeffekt einfach Authentizität. Also einfach im Endeffekt einfach irgendwie was machen, worauf man Bock hat, so. Also ich liebe den Scheiß halt einfach echt seit Tag 1. Es ist einfach echt so viel Herzblut da drin und ja, da kann ich für meinen Partner auf jeden Fall mitsprechen. Und ich glaube, das merken die Leute auf jeden Fall. Und wir haben auch gedacht, okay, lieber dahin gehen, wo es fehlt. Weil im Endeffekt hast du ja überall in der Stadt coole Leute so. Und ich meine, ich bin in Bamberg auch aufgewachsen, ist ja auch nicht weit weg. Und ich habe immer schon gedacht, ey, es fehlt einfach voll was, wo man dahin gehen kann. Und insofern, ja, also im Endeffekt ist es das, glaube ich. Und ja, einfach die Liebe zu dem, was wir machen. Und das haben ja, glaube ich, alle Clubs, die funktionieren. Und nur so funktionieren sie, oder? Aber ihr habt halt auch einfach ein unglaublich gutes Publikum. Das muss man einfach mal sagen. Ja, das ist so, es ist ultra gemischt halt, was ich total geil finde. Also es ist wahnsinnig gemischt. Und ich glaube, ich war noch nie bei euch und es gab Stress. Es gab es bestimmt schon mal, will ich mich abstreiten. Aber du kommst bei euch an und auch jetzt im neuen Laden. Und es ist immer eine coole, angenehme Stimmung. Also du kommst nicht in den Laden rein und denkst so, wow, Alter, hier könnte es aber um 12 Uhr richtig zur Sache gehen. Überhaupt nicht. Du kannst dich da hinsetzen, du kannst ein Bierchen trinken. Das ist total entspannt und die Leute sind alle total nett. Das ist schön. Und das liegt halt auch daran, auf jeden Fall, an den Leuten, die da hinkommen. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Pause. Ja. Und habe ich dir gar nicht gesagt. Es gibt eine Pause. Es gibt zwischendurch eine Pause, wo halt richtig hart gesoffen wird. Nein. Wir wünschen uns auf unsere Astra Colada Nachtasyl Playlist halt immer ein paar Songs, für die wir oft sehr, sehr, sehr gute Props bekommen. Wenn du möchtest und gleich einen Song hast, kannst du einen mit draufpacken. Oder zwei oder drei. Daniel hat bestimmt auch auf jeden Fall einen. Ich habe auf jeden Fall einen. Ich habe ja angefangen, wieder alte Musik zu hören. Und das ist so großartig. Ich wünsche mir von Silverchair Anthem of the Year 2000. Alter, so ein Banger. So ein Banger. Allein diese erste Strophe. We are the youth. Und so, Alter. Nee, we are the youth to take your fascism away. What? Mega. Krass, habe ich ewig nicht mehr gehört. Alter, hör die Silverchair an. Auch das erste Album, Frogstomp. Unfassbar. Aber die waren 16 damals. Das war einfach die härtere Version von Grunge. Also das Frogstomp-Album zumindest. Das war einfach, die haben so geballert mit drei Leuten. Das war der Wahnsinn. Wirklich. Ah, damals. Naja, ich habe nur einen Song von GNT. Nein, nicht MGMT. Achso. GNT. GNT. Wirst du lieben. Okay. Ist Schweinerock. Okay. Auf die coolste Art und Weise, wie man sich Schweinerock halt vorstellen kann. Und der Song heißt Picks, 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 Picks. Passend. Finde ich gut. Tatsächlich so oft, Picks? Ja. Okay. Ganz viel Schwein. Ganz viel Schwein. Und ein bisschen Rock. Ja, nice. Darf ich auch einen Song? Ja, natürlich. Habe ich doch gerade gesagt. Dann hätte ich diese Folkündigung nicht gemacht. Dann würde ich direkt, wir haben noch, bevor es hier losging, kurz gesprochen, weil ich das letzte Mal hier war. Und da habe ich mich mit Freude zurückerinnert an ein schönes Konzert von der Band Current Swell. Uh. Super nice. War echt geil. Und ja, weil ich auch nicht so viele Titel mir merken kann, würde ich mir quasi den Hit von ihnen wünschen. Young and Able. Einfach super chillig. Ich mag die Band tierisch. Alles klar. Wir sind young. Wir sind able. Wir sind Rastakulada. Wir sehen uns nach der Pause hier. Geilen Schweine. Geilen Schnecken. Danke, Jules. War eine gute Einleitung. Rein in die zweite Runde. Hallo, schön, dass Sie da sind. Der Jules hat gerade noch mal kurz gekotzt. Apropos kotzen. Ich habe nicht den Daniel Hötmann gemacht. Du hast den eh. Weil der Jules hat ja sozusagen auch sein kleines eigenes Format im Freundlich und Kompetent. Ja. Mit, wie heißt jetzt nochmal dein Partner? Ich vergesse das dann mal wieder. Julian. Julian. Genau. Also Jules und Jules. Genau. Ja, so ungefähr. Jules und Jules. Oh, das ist eine E-Mail. Jules und Jules ist auf jeden Fall eine gute Überschrift für einen geilen, auch für einen geilen Podcast. Aber ihr macht keinen Podcast. Was macht ihr? Da ich ja mich noch nie mit dem Thema Podcast beschäftigt habe. Aber viel mit dem Thema trinken. Ja, das ja. Aber ist es vielleicht auch einer? Keine Ahnung. Ist eine kleine Talkrunde. Und das ist es ja hier im Endeffekt auch. Also Fuck Dance, Let's Talk heißt die Reihe, haben wir so, wo es mit dem Lockdown losging und so relativ schnell auf die Beine gestellt, war die Idee von Max, einem Freund und Angestellten bei uns und der macht das total super, ist auch Sänger in der Band und eine richtige Rampensau und hat das Entertainer-Blut in sich, würde ich sagen. Der spielt bei der Band die Fuck, Let's Dance heißt? Nein. Nee. Okay, gut. Bei welcher Spende spielt der? Robin heißen die. Ah, okay, alles klar. Die sind zu zweit, oder? Die waren auch schon bei uns in der Astra-Stube. Ah, okay. Und das heißt, ihr ladet Leute ein, wie zum Beispiel die Astra-Stube? Ja, genau, zum Beispiel. Ja, so verschiedene Leute, echt mal aus dem Team. Genau, und Daniel war auch mal dabei. Ja. Auch sehr, sehr unterhaltsam, sehr schön. Daniel und Cindy waren da und Cindy hat's gerockt und Daniel musste irgendwann dreimal einen Anruf vortäuschen, um kotzen zu gehen, weil er so besoffen war. Geil, wahrscheinlich haben alle Leute gesagt, bitte mach den Flugmodus an. Ja, ja, natürlich. Ich habe noch einen wichtigen Anruf. Es tut mir leid. Aber das war halt so, man sitzt da halt und man quatscht und man kriegt halt auch die ganze Zeit Getränke und es wird auch die ganze Zeit gemixt. Das heißt, es gibt Sekt, es gibt Kurzen, es gibt Bier, dann das Getränk deiner Wahl, was du gerne trinkst. Und vorher beim Dasein, wo es noch nicht angefangen hat, hat man halt auch schon drei, vier Bier und schon zwei Wodka Red Bull getrunken und dann ging es dann halt danach weiter. Und ich saß dann irgendwann in diesem Liegestuhl, das weiß ich noch, das waren ja diese Liegestühle. Und ich habe dann gemerkt, wie früher mit 16, weißt du, wenn dir so alles aus dem Körper gleitet, wenn du betrunken bist, weißt du, wenn du deine Beine nicht mehr spürst und wenn dir schon das Erbrochene im Hals hängt. Und weißt du, dass du dann ganz genau weißt, Alter, jetzt musst du ganz schnell auf die Toilette, weil sonst brichst du dich auf den Tisch. Aber das hat man dir echt so nicht angelernt. Nee, voll gut. Also ich war echt überrascht. Aber wer das sich noch angucken möchte, das ist auch noch bei YouTube. Ach ja, scheiße. Das ist aber noch bei YouTube, stimmt. Geil, stand beim Best-of zusammen. Ihr seid ja jetzt unter Munzburg Center. Genau. Also ihr seid halt sozusagen aus der guten alten Stammbar, aus dem zerrockten Leben halt in dieses Munzburg Center hineingegangen. Ich war da auch mal, aber ich habe das nicht so wahrgenommen so jetzt als, oh, das ist jetzt das Freundliche und Kompetenz, sondern so als, da spielen jetzt mal ein paar Bands und so. Ich fand es mega gemütlich. Aber ich fand es schon komisch, dass das Munzburg Center über mir war. Wie ist das für euch? Also aus diesem Hinterhof oder Eckbar-Feeling so hinein in so einen Großkomplex reinzugehen? Ja, man hat gar nicht so viel Zeit gehabt, glaube ich, drüber nachzudenken. Also wir haben im Endeffekt über ein Jahr tatsächlich gesucht, weil wir grob in der Ecke bleiben wollten. Und ja, das Thema Livemusik macht es ja immer schwierig. Wo kann man überhaupt hingehen? Dann haben wir irgendwie das Ding, was vorher 8,5 Jahre leer stand, irgendwie entdeckt quasi und sind da in die Verhandlungen gegangen, was auch sehr, sehr lange gedauert hat, bis wir da zum Ergebnis gekommen sind, weil halt ja großes Unternehmen, Immobilien- und Aktiengesellschaft dahinter steht und Leerstand war denen einfach auch egal so und die wollten eigentlich gar nicht vermieten und so weiter und so fort. Aber irgendwann haben wir sie dann, also wir haben uns dann tatsächlich nochmal bei denen vorgestellt mit einer PowerPoint, wer wir überhaupt sind und uns ein bisschen interessant gemacht und hatten noch das Glück, dass ein alter Stammgast auch in dem Unternehmen gearbeitet hat, der dann gesagt hat, das kann schon Sinn machen irgendwie für uns auch, für den Standort Mundsburg, bla bla bla, aber ja, im Endeffekt zum Glück sind wir da dann übereingekommen. Und im Endeffekt, ja, das war einfach alles so eine wilde Zeit, ohne, da hast du auch keine Zeit irgendwie nachzudenken, dieser Abriss-Party und dann ging es halt direkt weiter drüben. Also wir mussten halt da, weil Elektrik und Sanitär in dem Gebäude war halt, da unten, wo wir jetzt drin sind, war halt tot. Deswegen wusste der Vermieter auch gar nicht, was müssen wir an Geld in die Hand nehmen, damit wir überhaupt vermieten können und so weiter und so fort. Wir haben das alles in Eigenregie gemacht. War das denn vorher eine Bar? Es war immer eine Gastronomie tatsächlich, ja, insofern hat es das wiederum vereinfacht, weil du dann konzessionmäßig da schon mal safe warst, aber ja, im Endeffekt haben wir dreieinhalb Monate gebraucht, bis man aufmachen konnte wieder und ja, es war einfach, ey, sieben Tage die Woche einfach immer, immer da gewesen und einfach nach vorne geguckt und gerockt und natürlich auch gehofft, hoffentlich kommen die Leute mit, Abschiedsfeier war legendär, aber kommen die Leute dahin? Keine Ahnung. Und dann war es Gott sei Dank Eröffnung irgendwann, haben wir gesagt, alles klar, drei Tage in Folge gefeiert, mit Pausen dazwischen, aber also... Drei Tage in Folge gefeiert, aber in Pausen, ey. Also, Donnerstag, Freitag, Samstag Eröffnung, so. Also es gab halt drei Tage richtig dickes Programm. Und wir wurden Gott sei Dank auch völlig überrannt da und die ersten Monate waren auch einfach so krank, was da abging. Ja, Gott sei Dank. Und was man vergleichen kann zu früher, würde ich sagen, also im alten, in der Hood Winterhude, wie Daniel schon angeregt hat, waren wir ja auch so ein bisschen die Außenseiter, die Assis, so, die da halt ihr Ding gemacht haben und eigentlich gar nicht so in die Ecke passten. Also es war auch zu Anfang, wo viele meinten, ihr wollt nach Winterhude, da passt euer Konzept doch gar nicht hin. Und wir sind ja aber gerade deswegen, Gott sei Dank hat es ja funktioniert. Und jetzt, Mundsburg, auch da sind wir dann so ein bisschen die Oase. Also wo man sagt, ey, drumherum ist echt nicht so geil da eine Hauptstraße. Dann kommst du da rein und denkst so, wie geil ist das denn? Also es ist halt ja, und der Raum an sich ist natürlich wunderschön. Mega. Was ist denn so ein typischer freundlicher Kompetent-Gänger? Ja, also Daniel hat es ja schon mal beschrieben, dass wir echt entspanntes Publikum haben, was ich auf jeden Fall unterschreiben kann. Ich würde, ja, einfach, ey, jemand, der Bock auf gute Drinks und auch oft auf Konzerte hat, so. Also wir haben echt, ja, auch viele Stammgäste dann auch natürlich immer wieder neu gewonnen, aber ja, denen gefällt irgendwie einfach die Crew, der Vibe. Ja, was ist das für einer, also, der entspannt ist und Bock hat, weiß, wie man vernünftig feiert, aber trotzdem sich benehmen kann. So, also jetzt, also ich meine, es sind schon echt dolle Partys, die wir haben oft, aber es ist voll positiv immer so. Also wenn man ins freundlich und kompetent geht, dann gleit man auch im freundlich und kompetent wahrscheinlich, oder? Ja, es gibt wenige, die nur einmal kommen und sagen, das hat mir nicht gefallen, Gott sei Dank. Und wenige, die kommen und sagen, wir gehen dann später noch auf den Kiez? Gibt's auf jeden Fall auch, klar. Die kommen mal vorab, dann nehmen sie ein paar Drinks. Aber es ist echt komplett querbeet und auch wirklich aus der ganzen Stadt. Also einige kommen dann auch aus den Vierteln. Ja, Aldona, keine Ahnung, und Pauli, wo sie eigentlich auch genug vor der Tür haben. Aber sowohl, ne? Sowohl als auch. Komplett querbeet und ja, viele Wiederholungstheter, Gott sei Dank. Warst du eigentlich schon mal bei uns? Also du warst natürlich schon mal da, aber... Ich war schon mal da, aber ich war noch nicht Musiker da, aber wir kennen uns auch erst jetzt neuerdings so richtig. Das stimmt. Durch die, ja, woher kennen wir uns eigentlich? Jetzt eigentlich eher durch das Clubkombinat, wo wir uns mal wirklich die Hand gegeben haben und nur ein kurzes Gespräch gehabt haben, neu ist irgendwie ganz gemütlich. Dann müssen wir beide mal ins Vorliche und Kompetenz kommen. Will ich auch sagen. Aber ich bin ja schon da. Und zwar am... 26.10., wo wir dann Fuckdance, Let's Talk, was im Moment auf Eis liegt, zum ersten Mal mit Gästen machen. Wahnsinn. Und ich bin da. Weißt du mit wem? Nee. Mit Max. Hier. Mit Hebebühne Max. Mit Hebebühne Max. Also ich hoffe, ihr habt A, genug Alkohol und B, genug Zeit. Der darf ja nichts sagen, der darf ja nur singen. Der spielt ja, glaube ich, jetzt. Ihr macht doch mit Musik, ne? Mit Max soll ja wahrscheinlich verspielen, oder? Ja, also es ist überwiegend, ist schon Talkrunde, aber es soll auch musiziert werden. Max darf. Und ihr beiden habt ja auch schon gesagt, dass ihr irgendwie zusammen was macht. Ja, guck mal. Ja, ich habe gesagt, ich spiele Tambourin. Ey, da komme ich vorbei. Darf ich vorbeikommen? Wahnsinn. Sehr gerne, klar. Wie gesagt, jeder kann vorbeikommen, der noch einen Platz kriegt. Da habe ich Bock drauf. Ach, ihr macht das richtig live, live? Live, live, genau. Mit Gästen, genau. Ah, die abgefahren, mit Gästen. Mit dem Livestream dazu. Ach, Quatsch. Ja, da komme ich auf jeden Fall vorbei. Weil das Format einfach super nett ist. Ja. Wie viel dürft ihr denn jetzt gerade reinlassen? Also, nochmal so eine Corona-Frage, ist ja klar. Ich meine, ihr habt dich gemacht, ihr habt einen Livestream gemacht. Habt ihr noch irgendwelche Sachen gemacht? Oder habt ihr erstmal gechillt? Äh, wir haben live, ne? Nach 13 Jahren. Gechillt, bestimmt nicht. Ja, ich meine, ganz als erstes erstmal alle Mitarbeiter abtelefoniert, wer auf die Kohle angewiesen ist, gerade von unseren Minijobbern, da, zum Gott sei Dank, weil wir echt ein großes Team sind inzwischen, waren es echt nur so zwei, die meinten, na, schon. Und die konnten wir auch irgendwie noch denen irgendwas anbieten, wo wir gesagt haben, okay, erstmal Lageroptimierung aufräumen, so ein, zwei Monate können wir euch da auf jeden Fall zahlen, aber wir müssen jeden Monat neu gucken, was geht halt. Und, äh, ja, sonst, die Festen sind halt alle auf, auf Kurzarbeit, klar. Aber, ja, ey, war halt nach vorne geguckt, also jetzt ist echt nicht, ja, einfach geguckt, was geht und diese Livestream-Beschichte musste man sich ja auch erstmal voll reinfuchsen und wo kriegt man die Technik her und so weiter. Und, ja, diese Talkrunde, dann hatten wir aber auch noch, äh, paar Konzerte, die wir gestreamt haben, auch mal kombiniert. Ähm, das eine Ding war auch richtig dick, Distanz in den, äh, Mai, Distanz in den Mai-Festival. Das kann ich sehr empfehlen, auch, kann man sich nochmal angucken, nur echt voll viele Musiker, krank aufwendig, alles, aber, äh, richtig geil, hat Bock gebracht, auch allen Musikern so. Und, äh, dann hatte Julian mein Companion auch noch, äh, der in Dittmarschen wohnt, hat da noch eine, eine Reihe gestartet, ähm, ist das ein Drink oder kann das weg? Auch einfach so, ja, Quatsch, ein Quatsch-Drink so zusammengemixt und den dann aber auch am Ende getrunken, was, was ganz unterhaltsam ist auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, aber ansonsten natürlich auch überlegt, ja, das machen wir auch noch die ganze Zeit immer so, okay, wenn es wieder irgendwann normal losgeht, welche Konzepte haben wir schon lange im Kopf und nie die Zeit gehabt, es umzusetzen? Und da sind wir jetzt die ganze Zeit auch im Hintergrund dran und bereiten alles so gut vor, also, wenn es irgendwann wieder, und der Tag wird ja kommen, auch mal ohne Einschränkung getanzt und alles werden darf, dann gibt's noch mehr, wo wir eh schon sehr viel gemacht haben immer, aber, ja. Wie, wie, wie dürften ihr jetzt gerade reinlassen mit den neuen Ortenverordnungen? Also, ihr macht jetzt auch gerade wieder auf, oder? Mit Abstandsregeln, genau, im Moment haben wir von Mittwoch bis Samstag geöffnet, zu Anfang hatten wir nur Wochenende und, ja, sie hat so herangetestet, jetzt ist Mittwoch bis Samstag immer geöffnet, ab 17 Uhr, unter der Woche bis 22 Uhr garantiert und Wochenende bis 0 Uhr, und wenn es gut läuft, machen wir natürlich auch ein bisschen länger, aber, ja, genaue Anzahl hängt halt davon ab, wie viele Leute an einem Tisch sitzen, zusammen, als Gruppe, aber ich würde sagen, so 30 bis 40 Leute, wir haben halt auch eine Außenfläche noch so, das heißt, wenn drin die Plätze voll sind, kann man auch sagen, okay, ihr könnt euch einen Drink holen, haben da zum Glück so einen langen Tresen, wo man sich anstellen kann, mit Abstandsregeln und so, dass es hinhaut, und dann sagen wir, ja, könnt ihr den Drink holen und draußen chillen, so, das machen auch einige. Ja, das machen auch einige, aber jetzt leite ich rüber zu Daniel, das machen ja nicht so einige. Ne, das machen ja nicht so einige, und ich sage ja schon seit Monaten, dass die Katze ein Drecksladen ist, so. Und jetzt ist es endlich, was heißt endlich, es ist jetzt leider so weit gekommen, dass die Katze jetzt ja zumachen musste, weil dort Angestellte Corona hatten. Und somit an einem Wochenende, also ich weiß nicht, wer das geschätzt hat, aber 600 Leute wurden ja geschätzt, dass, also durchlauf 600 Leute in diesem Laden gewesen wären, das ist natürlich sehr konservativ geschätzt, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, ich glaube, wir können das nochmal verzweifachen, wenn nicht sogar verdreifachen. Und diese Leute halt auch dann, wenn sie da mal ihre Daten dort abgegeben haben, Namen genommen haben, wie Dagobert Duck, Mickey Mouse und Darth Vader, wo ich mich dann frage, warum kontrolliert denn das eigentlich keiner? Also warum steht da keiner, der sich halt mal den Namen anguckt? Weil das machen wir im Schrödingers ja zum Beispiel auch, da müssen wir bei den Konzerten ja auch die Daten von den Leuten haben und wir achten darauf, dass die Leute leserlich schreiben, wir gucken, was da für ein Name steht, wenn die das per App machen, zeigen die uns immer, dass sie sich eingeloggt haben als Screenshot oder als Live-Bild und da steht oben auch nochmal der Name drauf. So, also das wird halt auch von uns kontrolliert. Und ich verstehe einfach nicht, wie das nicht passieren konnte. Ich verstehe auch nicht, wie das passieren kann, dass in einem Laden wo, was passt da rein? Ach, die Katze. 80 bis 100. 80 bis 100. Echt? Ich bin da, glaube ich, dass da irgendwie, weiß ich nicht, fast 140, 150 Leute dicht an dicht gedrängt stehen und kein Abstand eingehalten wird, keine Masken getragen werden, weder von den Betreibern noch von den Barleuten. und draußen, dass das Dreifache einfach auch nochmal steht. Genauso ohne Abstand, ohne alles. Und dass da nicht eher was passiert ist, wundert mich sowieso. Aber jetzt ist ja was passiert und die Katze hat dicht und alle fragen sich, oh mein Gott, wie konnte denn das passieren? Ich meine, was haben die Leute denn zwei Monate lang gemacht, die da irgendwie was zu sagen haben und in der Schanze rumgelaufen sind, Polizei oder Ordnungsamt? Die haben die Katze doch gesehen. Die sehen auch das scheiß Goldfischglas, wie voll das da ist. Das checke ich halt auch echt überhaupt nicht. Ich verstehe sowas einfach nicht. Wie es sein kann, dass nichts passiert, dass es einfach gemacht werden kann? Das verstehe ich einfach nicht. Wenn man einfach mal das Molotow nimmt als Beispiel und wenn die draußen im Backyard halt ein Konzert haben und da irgendwie ein oder zweimal am Abend die Polizei vorbeikommt und zu gucken, ob auch alles cool ist, ob die Abstände eingehalten werden, ob nicht so viele Leute da sind, verstehe ich nicht, warum das bei so einer Bar nicht gemacht wird. Und jetzt heulen sie alle rum. Wie kann denn sowas passieren? Wie kann denn sowas sein? Ja, indem halt kein Schwein kontrolliert. Und das verstehe ich einfach nicht. Also ganz ehrlich, wie unsolidarisch kann ein einzelner Laden oder können zwei Läden gegenüber allen anderen Bars in Hamburg sein, weil jetzt wieder alle Bars in einen Topf geschmissen werden. Komplett. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Eigentlich auch als Bar? Seid ihr Bar oder seid ihr Club? Wir sind Live-Musik-Bar. Also tatsächlich sind wir eine Schank- und Speisewirtschaft mit Betriebsart Live-Musik. Genau wie die Astroschule. Ja, diesen Zusatz, dafür haben wir auch echt gekämpft, weil uns das wichtig war, dass beim Abend Live-Musik drinsteht und so weiter. Aber es war ja zu Anfang, wer darf öffnen, wenn Schank- und Speisewirtschaft drinsteht, darf geöffnet werden, was ja auch so absurd ist. Es ist auch scheißegal, was in der Konzession steht. Ich meine, ob du jetzt als Club, ich meine, solange du die Regeln einhältst, also naja, egal, anderes Thema. Aber ja, also bin ich natürlich komplett bei Daniel. Also es ist einfach komplett asozial allen gegenüber, der ganzen Stadt, den ganzen Club-Betreibern und allen Menschen gegenüber, wo man denkt, klar, also auch die Leute, die hingehen, checke ich auch nicht. Also wie kann man denn in so einen Laden gehen und auch einfach komplett drauf scheißen? Weil du jung bist, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, weil du jung bist und weil dieses, ich bin doch kein Risikopatient. Ja, aber die sind doch alle keine 16, 18 mehr. Ja, auch das halt. Ich weiß es nicht. Pinneberg, keine Ahnung. Ja, aber das Publikum ist ja schon irgendwie 20 bis Ende 20. Also da sollte man ja schon irgendwo denken, dass sie ihren Kopf auch zum Denken haben. Aber klar, ganz klar, die Verantwortung liegt beim Club, bei der Bar, keine Frage. Absolut. Und ja, ich glaube, die Verantwortung liegt irgendwie bei jedem so. Also ich meine, gerade wenn man auf das Publikum halt auch zurückgreift. Ich war am Wochenende in Hannover, war im Studio, haben wir aufgenommen und es gibt halt eigentlich immer eine Tradition, dass sie sagen, okay, nachdem wir aufgenommen haben, gehen wir ins Broncos. Das Broncos ist halt auch Bar mit kleiner Bühne, nicht wirklich groß, weiß nicht, passen 120 Leute halt rein, vereint im Prinzip so Sternschanze und Kiezo in einer Bar, weil sonst hat Hannover ja nichts so, ne? Und das ist unser Lieblingsplace to be und ich war ganz traurig dann zu merken, weil ich mich die ganze Zeit darauf gefreut habe, wir gehen jetzt ins Broncos, wir gehen jetzt ins Broncos, dass unser Produzent gesagt hat so, ey nee, das ist doch Corona, wir können ja jetzt nicht ins Broncos gehen, das hat doch gar nicht auf. Ach Quatsch. So. Und dann war ich erstmal total traurig, weil ich dann auch, ja stimmt, das ist Corona. Und mich trotzdem abends halt noch mit einer Freundin durch die Stadt gezogen und waren dann in Linden, da heißt es Broncos, Linden ist so die Sternschanze von Hannover und haben ja gesehen, das Broncos hat trotzdem auf. Licht brennt, vorne ist ein Türsteher, musste ich halt vorne eintragen und sind wir hingegangen und da war ich so ein bisschen erfreut, wir waren ja relativ früh da, irgendwann so 22 Uhr, man musste sich halt vorne eintragen. Da drin waren, weiß ich nicht, 20 Leute, sah halt alles auf jeden Fall Corona-mäßig total in Ordnung aus und dann hat sozusagen der verantwortliche Arsch vom Dienst, der CVD, der Veranstaltungsleiter hat gesagt so, ey, alles klar, wenn ihr auf euren Plätzen sitzt, dann könnt ihr eure Maske abnehmen, das ist typische, wenn ihr was bestellt, dann lässt ihr die Maske auf. Und dann ist mir das bewusst geworden, so nach, von Minute zu Minute, als immer mehr Leute reingekommen sind und irgendwann waren wir da um 12 und so und dann waren da viel zu viele Menschen drin, die alle keine Maske getragen haben und alle getanzt haben, dass auch da angefangen wird, so drauf zu scheißen. Und wo ich ihr gesagt habe, ey, ich will hier raus, es ist mir, also ich mag diese Bar, aber es ist mir gerade alles zu matsch und die scheißen halt gerade auf alles. Türsteher kam noch rein, guckt sich so um, so, okay, wie viele sind hier, zählt halt so nach und es war so dieses, ach, ist ja auch egal. Weil die Leute drauf geschissen haben und teilweise sind halt so Menschen an mir vorbeigegangen und wollten so, ey, Alter, fass mich nicht an, so. Ja, 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 von wegen Corona und so, ne? Ja, ja. Genau deswegen. Genau deswegen, Alter, von wegen Corona, Alter. Das war eine ganz strange Aktion da. Und dann bist du auch gegangen? Ich bin auch gegangen, ja. Okay. Halt mich für spießig so, aber... Nö, das hat mit Spießigkeit überhaupt gar nichts zu tun. Das war ja auch... Ich glaube, man merkt auf jeden Fall überall, ich meine auch so beim Einkaufen allgemein, da habe ich zumindest das Gefühl, dass viele irgendwie jetzt so mit der Zeit und irgendwie passiert ja auch nichts gefühlt und bei uns ist doch eigentlich alles in Ordnung, dass viele auf jeden Fall einfach es vergessen oder halt drauf scheißen und ich meine auch gerade dieses genau Abstand halten, was ich jetzt, sag ich mal, beim Einkaufen sowieso angenehm finde. Total. Das ist die beste Erfindung. Aber wo ich auch immer merke, so viele, ja, die rücken einen dann doch so dicht auf die Pelle und denkst so, ey, du bist auch nicht schneller dran, bleib doch einen Meter entfernt. Also das ist ja sowieso... Die Leute wollen in ihr altes Leben zurück. Ja, ja. Fällt mir gerade, packe ich einen Song auf unsere Astakula-Nachtasyl-Playlist und es war Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück von Wiesenhelden. Oh, die Reklamation, ja, finde ich gut. Die Reklamation. Genau. Irgendwie wollen alle ihr altes Leben wieder zurückhaben, aber es ist noch nicht so weit. So Söder hat gerade Bayern dicht gemacht. Die Bayern durften halt, die haben das Stadion dicht gemacht. Die haben auf Schalke gespielt, aber auf Schalke durften auch keine Leute rein. Die Zuschauer durften halt nicht hin. Söder dreht halt gerade an der Schraube zurück und ich habe an mir ganz, ganz krass das Gefühl, dass wir irgendwie wieder in so eine Situation hineingehen, wo es kompliziert wird. Ich weiß nicht, wie euer Bauchgefühl dazu ist. Das macht jetzt auch natürlich keine gute Laune so, ne? Nach dieser wunderschönen Partywoche mit Cold Yes im Schrödinger-Ass. Alles mit Abstand, trotzdem geile Stimmung. Ja, die Leute, also das, was Jules auch schon sagt, man merkt das halt schon im Supermarkt, wenn dir auf jeden Fall wieder dein Hintermann wirklich im Nacken sitzt und du den Atem spürst, wo ich dann denke, so Alter, bitte halt Abstand, sonst klatsch das hier, das wird kein Beifall sein. Das nervt mich halt tierisch. Aber das hat auch ganz viel, glaube ich, mit den ganzen Spurblatt zu tun, ne? Die ja sagen, ja, wo sind denn die ganzen Tod in euren Krankenhäusern und warum sind die Krankenhäuser denn so leer, bla bla bla. Ja, das frisst sich natürlich auch in die Köpfe von, ich sag mal, normalos so ein bisschen ein, die dann vielleicht nicht die komplette Meinung übernehmen von diesen Leuten, aber sich dann vielleicht fragen, so ja, ist da vielleicht doch irgendwas dran? Also, ne? Wo sind denn diese ganzen Toten, von denen ihr immer spricht? Und sind das wirklich Corona-Tote oder nicht irgendwie, Herzinfarkt, was auch immer? Und die dann einfach auch dann vergessen, dass man halt hier, oder dass wir noch eine Pandemie haben und dass wir halt auch noch mittendrin stecken. Man muss ja auch gucken, es wird jetzt halt wieder kälter, Leute. So, die Sommerzeit ist vorbei. Also, der große Kotzbrocken kann ja noch kommen, so, mit den ganzen Erkältungen, Fieber, was auch immer, so. Alle hängen wieder schniefend in der HVV. Ja, genau. Oder schniefend hinter dir beim Einkaufen oder irgendwas. Oder generell schniefen halt alle. Das ist halt, das ist halt schwierig. Die Leute wollen, wie du es gerade schon sagst, ihr normales Leben zurück. Das möchte ich auch. Das möchte jeder von uns. Und vor allem, wir Clubbetreiber möchten halt auch wieder normal unseren Club aufmachen, damit wir wieder Geld verdienen können. Also, nicht Geld verdienen können. Aber das geht ja nun mal nicht. So, das ist einfach gerade Fakt, dass das nicht funktioniert. Und das wird dieses Jahr auch nicht funktionieren. Und ich weiß auch, glaube auch nicht, dass das nächstes Jahr vor, weiß ich, April, Mai irgendwas wird. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also, ich glaube, das wird noch bis Ende Dezember noch ein bisschen schlimmer werden. So, definitiv. Ich würde jetzt nicht vom zweiten Lockdown sprechen, weil das, glaube ich, wird nicht passieren. Das glaube ich nicht. Weil da auch wirtschaftlich viel zu viel dranhängt, das nochmal zu machen. Aber es wird mit Sicherheit wieder Einschränkungen geben. Hundertprozentig. Könnt ihr einen zweiten Lockdown schaffen? Wenn man so fragen darf, kannst du auch sagen, beantworte ich nicht. Muss ja nicht jemanden hören. Kann ich einfach nicht beantworten, weiß ich nicht. Wir würden es... Der Plan ist gerade echt so, wie glaube ich, alle so Ende von Woche zu Woche. Und dann immer, klar, jetzt so... Also, wir würden es nicht schaffen, wenn wir nicht unter dem BKM-Rettungsschirm fallen würden. Dann würden wir es definitiv nicht schaffen. Also, wenn die Stadt Hamburg jetzt sagen würde, wir unterstützen euch ab Januar nicht mehr, weil bis jetzt sind wir bis Dezember geschützt, sozusagen. Und wenn die Stadt dann sagen würde, so, ab Januar seid ihr auf euch gestellt, wir müssen den Land dicht machen. Also, sofort. Ohne Diskussion und ohne irgendwie was noch retten zu können. Und ich würde auch nicht jetzt anfangen, eine Spendenaktion zu starten. Das Logo hat das jetzt ja gerade gemacht. Ja. Und wenn ich total gut finde, dass das Logo das gemacht hat, weil das Logo braucht auch die Hilfe definitiv. Aber ich würde es nicht machen, weil mir ist das jetzt schon zu stressig. Wie Jules hat es schon gesagt, von Woche zu Woche so. Also, ich schlafe seit dem Corona-Lockdown ziemlich beschissen, ganz einfach so. Weil ich mir Sorgen um den Club mache. Aber wenn ich mir jetzt auch noch Sorgen machen muss, nächstes Jahr, dass wir gar kein Geld mehr kriegen, dann mache ich den Club zu. Ganz einfach. Und das ist auch bei uns tatsächlich gar nicht, es wäre total schlimm für 30 Jahre Astrastube und für den Standort und etc. Aber bei uns hängt da nicht so viel dran, wie beim Molotow oder wie bei euch. Wir haben keine Angestellten. Wir haben keine Leute auf Kurzarbeit. Niemand hängt von diesem Laden finanziell ab, was ein riesengroßer Vorteil von uns ist. Das ist bei anderen Clubs anders, auf jeden Fall, bei euch auch. Das ist bei uns nicht so. Und es wäre natürlich total schade für 30 Jahre Astrastube und für die Arbeit, die wir da reingesteckt haben und das Herzblut. Aber bevor ich mich selbst kaputt mache in meinem Wesen und in meinem Sein, wie ich Geld bekomme, um den Club aufrechtzuerhalten, mache ich den Club dicht. Okay, ich glaube, wir machen mal eine kurze Pause. War das zu deprimierend für dich, glaube ich? Es war ein bisschen zu deprimierend. Nee, ich wollte was Schönes einfach nur sagen. Klar, wäre es total schade für 30 Jahre Astrastube. Aber was man halt nicht vergessen darf, und das hat man ja auch bei euch gesehen, die ihr den Standort gewechselt habt, dass ja eigentlich ein Club ja nicht nur vier Wände sind und eine DJ-Anlage und eine Bar. Das ist ja nicht richtig. Sondern es sind eigentlich die Menschen, die dahinterstehen und das machen. Und man merkt ja halt auch zum Beispiel im Schrödingers, wo halt ein Großteil der Astrastuben-Leute halt da sind und halt auch arbeiten und der Wagenbau-Leute, die halt da arbeiten. Es ist eine neue Location, wo sich die Leute neu zusammenfinden und da etwas Neues entstehen kann. Mit dem alten Spirit, weil ich glaube halt auch die Menschen, die halt hinter dem Tresen stehen und Veranstaltungen machen, die bringen halt den Spirit halt in den Laden hinein. Dass man dann sagt, okay, ist natürlich schade, aber einmal Gastro, immer Gastro. Und die Leute haben halt Ideen und ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt dann auch sagen wirst, okay, alles klar, das war es jetzt so mit meinem Veranstaltungsleben. Ich mache jetzt nichts mehr. Und wenn der Laden zum Beispiel dicht wäre und man kann in ein oder zwei Jahren wieder eine neue Idee verwirklichen, dann herrscht halt vielleicht der Spirit der Astrastube halt in den neuen Laden. Und man kann halt wieder von neuen anfangen, um das Ganze mal so ein bisschen positiv zu gestalten. Ja, das war jetzt sehr negativ gedacht. Das war schon ein bisschen negativ. Du hast unseren Gast ein bisschen, siehst du da, der ist schon ein bisschen. Ja, aber ich möchte auch kurz, was überhaupt nicht zum Thema passt, aber ich möchte nur kurz anmerken. Machst du einen Peniswitz, wir haben noch keinen Peniswitz gemacht. Ich finde, dass Hauke eine sehr schöne Erzählstimme hat, eine sehr beruhigende. Wenn er so redet wie jetzt gerade, ja. Wenn du redest, du bist echt so, oh ja, schön. Das klingt einfach immer angenehm. Danke, danke schön. Ich freue mich auch sehr auf die Show bei euch. Wenn ich was besoffen bin, wenn ich ein bisschen besoffen bin, wenn ich was getrunken habe, dann ist meine Stimme halt auch ein bisschen anders. Ich versuche nämlich, ich muss diesen Podcast ja auch schneiden. Du hast ja gesagt, du machst ja hier viel Arbeit und so. Ich muss diesen Podcast ja auch schneiden und ich habe gerade so ein bisschen zu viel von mir, weil ich rede ja mit euch in dieser Situation, dann höre ich den Podcast, während ich ihn schneide, plus ich höre ihn nochmal, einmal, wenn er auf Spotify ist, zur Sicherheit. Das heißt, wenn so ein Podcast halt eine Stunde geht, dann habe ich schon mal drei Stunden von mir und Daniel in meinem Leben. Jede Woche, wo ich mich dann halt auch über jedes Verhaspeln. und jedes Mal habe ich auch das Gefühl, dass mein Sprachcoach, den ich damals gehabt habe in der Schauspielschule, sich jedes Mal irgendwie im Grabe umdreht und denkt, alter Schwede, du verschluckst Worte, sprich das ordentlich aus. Essfehler, Digga. Aber egal. Kauke hat eine schöne Stimme, das finden wir super. Daniel hat einen schönen Penis, finde ich auch super. Das ist richtig. Ich wünsche mir von ARIAM, it's the end of the world and we know it. Einfach nur passend zur Stimmung gerade. Und wir machen jetzt eine kurze Pause. Nee, ich wäre aber auch nur ein. Achso, toll. Ich wünsche mir von einer Band, die heißt Dübelmann. Old Couple. Finde ich super. Dübelmann. Dübelmann. Ist ein Insider. Nee, Insider heißt das gar nicht. Ist ein Geheimtipp. So. Und du? Hast du auch einen Song? Ich glaube, ihr habt euch alle vorbereitet mit den Songs. Nee, nicht wirklich. Nee, okay. Aber ich würde mir von einem befreundeten Musiker, Band, heißt Chabezo und Lovers and Haters heißt das Song. Alles klar. Lovers and Haters. Voll gut. Bis gleich. Ich sehe mich als Aufklärer. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu benutzen. Schaltet euer Gehirn ein an. Habt den Mut, andere Leute damit anzustecken, dass sie nicht Sachen einfach hinterfragen. Tagesschau sagt so. Ich sag auch Tagesschau, wie die Tagesschau sagt. Nee, nee. Diese ganzen Schafe, die nur nachklappern. Nee. Soll man sagen, ich beschmeiß ihn mit deinem Alu? Da guck mal hier, der neue Xavier, oder? Hallo. Hallo, wir sind wieder zurück. Bessere Laune. Jules ist mega happy, hat einen neuen Sekt bekommen. Heute ist ein bisschen Sektfrühstück. Ja, ich merke das schon. Ich finde das gut. Ich hatte total Bock heute auf Sektfrühstück. Eigentlich habe ich heute gesagt, heute trinkst du halt nicht. Aber, ähm, habe ich den doch gemacht. Mir ist das aufgefallen gestern im Studio, als ich eingesungen habe. Ich bin ja dann sozusagen im Broncos mit einer Freundin unterwegs gewesen. Und da habe ich ihr halt gesagt, ähm, du riechst richtig, richtig gut. Also, ich habe jetzt nicht an ihr geschnüffelt oder so, aber, man, riechst du gut, habe ich ihr gesagt. Und gestern im Studio ist mir aufgefallen, dass ich ein neues Deo habe und die ganze Zeit mich selber gerochen habe. Geil. Sehr gut. Nur so als Insider. Du, lieber Jules, wir haben eine Rubrik und die heißt Fiete fragt. Fiete ist ein kleiner junger Mann, sieben Jahre alt. Der stellt immer unglaublich intelligente Fragen und unsere Gäste müssen die dann beantworten. Ja, das hört sich gut an. Sehr gut. Gibt es Fiete wirklich? Ja, Fiete gibt es wirklich. Ja, ja. Wie gut ist das? Ja, der wird aufgezogen irgendwo tief im Bremer Förderraum. Hat einen wahnsinnig tollen Vater und eine wahnsinnig tolle Mutter. Sind beide sozusagen der linken Musik nicht abgeneigt. Er liebt es, Rantanplan zu hören und mag auch Sis und die anderen. Und Sis, Sis. Sis, Sis und die anderen. Sis, die Sis und die anderen. Und der stellt halt immer gerne Fragen. Und die bekommst du jetzt von mir. Du Hauke, woher kommen die Tränen und wieso sind die so salzig? Boah, viele. Okay, Fiete, meine Antwort darauf, das ist eine berechtigte Frage. Ja, da siehst du es stehen. Wie, lässt du es so stehen? Ich könnte das jetzt auch nicht beantworten. Der ist sieben Jahre alt, der möchte das jetzt gerne kindgerecht beantwortet haben. Und wenn das halt total schön ist. Dann wäre sonst meine Antwort, ich denke drüber nach und sage morgen Bescheid, Fiete. Ey, ganz ehrlich, das ist die schwierigste Fiete-Frage, die er jemals gestellt hat. Ich würde genau das gleiche sagen. Ich hätte keine Ahnung. Ich könnte das nicht beantworten. Er muss auch mal damit klarkommen, dass er nicht immer eine Antwort kriegt. Boah, mega. Ich feiere Jules gerade richtig ab. Ja, du bist halt so der Onkel. Du kannst dir ja nicht mal eben was einfallen lassen. Liest du mir noch was vor? Nee. Das macht Hauke, der hat eine schönere Stimme. Ja, dann sag du mal Hauke. Ich glaube, das ist so eine Frage, wo man sagen könnte, da könnte man ein bisschen Fantasie walten lassen. Tief in dir drinnen, da ist dein Herz. Also nicht das Herz, was wir alle schon mal gesehen haben, wenn man sich so eine Art Serie anguckt. Sondern dein wunderschönes Herz voller Liebe, voller Freundschaft, voller guter Energy. Und das musst du dir so vorstellen, dass das schwimmt halt auf einem Meer. Scheiße. Das ist auch voll gut so eine, das kannst du auch rausschneiden, das ist voll gut so eine Frage zu stellen, wenn ich in fünf Minuten weg muss. Das ist halt so, das ist so, dieses typische, diese Frage ist halt so komplex, Mann. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß, ja, auf was will ich denn hinaus? Naja, also du möchtest darauf hinaus, also viele, dann. Nee, ich kann's, ey, ich kann's nicht beantworten. Was für Bilder hast du im Kopf? Was für Bilder hast du im Kopf? Naja. Ich sehe, wo die wilden Kerle wohnen. Dass jemand, wenn alle unsere Hörer ein bisschen älter sind, dann kennen sie auf jeden Fall den französischen Comic von Wo die wilden Kerle wohnen. Wo der Max sozusagen sich mit seiner Mutter anlegt, dann ins Zimmer geschickt wird und durch so reine Vorstellungskraft er auf die Insel paddelt, wo die wilden Kerle wohnen. Es sind ganz viele Monster und so und mit denen hat er auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und dann vermerkt er halt auf einmal, dass er seine Mutter vermisst und dann muss er halt die wilden Kerle irgendwie gehen lassen. Und es hat sehr viel auf, weiß ich nicht, auf 15 Seiten damit zu tun, worum es eigentlich geht. Ums Vermissen, ums Lieben, um Fehler eingestehen zu können. Und genau so ein Bild möchte ich halt auch irgendwie gerne malen für viele. Ich weiß nicht, woher die Tränen kommen. Also wir haben halt Tränendrüsen, ganz klar. Aber das ist halt nicht so ein schönes Bild, was ich irgendwie malen möchte. So, man zapft halt irgendein Meer an. Und Emotionen, da sind wir wieder bei Emotionen. Emotionen sind eigentlich voll schön. Und wir haben so viele wunderschöne Emotionen in uns, dass in uns drin halt so ein emotionales Meer aus ganz vielen Sachen drin sind. Und wenn man denkt, dass halt so kleine Abzweigungen, so kleine Flüsse irgendwo nach oben ins Auge gehen, dann kann man halt denken, wenn man gerade etwas sehr Emotionales erlebt. Ich meine, man kann ja halt auch vor Freude weinen. Absolut, muss ich auch gerade dran denken. Genau, dann wird das sozusagen das Meer halt abgezapft. Und dann kommen da halt Tränen raus, die halt salzig sind. Weil das Meer auch salzig ist. Weil das emotionale Meer halt auch salzig ist. Auf dem man halt rumdüst. Weil ich finde, so den Tränendrüsen finde ich halt irgendwie lame. Aber wenn man sich halt das innere, das innere emotionale Leben als Meer vorstellt, mit ganz, ganz vielen, mit ganz vielen emotionalen Fischen, mit dem Freudefisch und dem Gute-Laune-Fisch. Und dem Gute-Laune-Karpfen. Der Gute-Laune-Karpfen. Wer kennt ihn nicht? Jules. Der Gute-Laune-Karpfen-Außenfreundlich-Ukompetent. Jetzt hast du deinen Namen auf jeden Fall weg. Ja, viele, sorry. Ich glaube, du musst dir halt ganz, ganz, ganz doll vorstellen, dass in dir halt wirklich drin dieses große, große Meer ist, wo ganz, ganz, ganz viel an Emotionen drin ist. Und da gibt es halt eine Verbindung zu deinen Augen. Und immer, wenn du lachst und immer, wenn du traurig bist und dann kommt halt so eine Träne halt heraus, dann wird das halt abgezapft. Und das finde ich halt ist ein schönes Bild. Und vielleicht, wenn du ein bisschen Glück hast und richtig presst, kommt der Gute-Laune-Karpfen von Freundlich-Ukompetent vorbei. Und gibt dir dann einen Drink aus. Und bringt dich richtig zum Lachen, dass du einfach vor Lachen weinen musst. Richtig. Aber Entschuldigung, der gibt dir auf jeden Fall keinen Drink aus. Der gibt dir einen kurzen aus, wenn du einen Drink kaufst. Weil seit 13 Jahren wird dieses Gesetz durchgezogen. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist. Jawohl. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön bei euch hier. Wir wollten nochmal darauf hinweisen, wenn wir es schaffen, geht am Montag der Vorverkauf los zu unserer Astrakulada-Live-Session-Halloween-Party. Nicht, wenn wir es schaffen, wir müssen es Montag schaffen, weil ich nämlich von meinem Kompagnon Nils Hergen schon einen auf den Sack bekommen habe, dass Montag dieser Vorverkauf online gehen muss. Montag geht der Vorverkauf los. So sieht es aus. Also wenn ihr den Podcast hörst, ist dieser Vorverkauf schon online. 5 Euro für eine coole, große Sauf-Party mit Joe Estre, Abramowitsch, Jörg von Love, ey. Und Findus und... Noch ein Special, noch ein Special-Guest, den haben wir gerade angesprochen, der fragt noch seinen Kompagnon. Also Jules fragt jetzt noch seinen Kompagnon. Wir wollen nämlich das Freundlich und Kompetent auch noch mit dabei haben, weil wir halt auch gerne über die Situation der Clubs sprechen wollen, wie es uns gerade geht. Und Daniel Hütmann hat gesagt, er möchte sich rächen dafür, dass er dreimal gekotzt hat im Freundlich und Kompetent. Vollkommen richtig. Das heißt, dass ihr die ganze Zeit... Das ist mein gutes Recht. So, jetzt darf sich jeder von euch noch einen guten Song wünschen. Also ich wünsche mir von der Band Kafka, alle hassen Nazis. K-A-F-V-K-A. Sehr, sehr gut. Ich wünsche mir von Fluppe, die alle auf dem Reeperbahn-Festival gespielt haben, unsere Hauf- und Hof-Band, wünsche mir deren neuen Single Aals. Und ich wünsche mir von Liedfett Kater. Sehr gut. So, dann würden wir sagen... Kinder. Das war unser Sonntag. Das war unser Sonntag. Sekt und Zeltas. Sekt und Zeltas, stimmt. Wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Nächste Woche Sonntag? Nein, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Für uns ist es Sonntag, für euch ist es Donnerstag. Hoch die Tassen, runter die Stühle. Viel Spaß. Ciao, Joll. Ciao. Tschüss. Moin, hier ist die Tina. Ich werde mit Y geschrieben. Es wird aber wie ein I ausgesprochen, um das mal zu sagen. Das habe ich noch nicht so oft gesagt. Es wird mal wieder Zeit. Aber was viel wichtiger ist als jetzt das Y oder das Scheiß I, ist einfach, dass in der aktuellen Zeit es noch mehr Menschen als sonst gibt, die zu Hause hängen und denen die Decke auf den Kopf fällt und die psychisch sehr mit sich am Kämpfen sind. Und vielleicht sind das sogar Freunde von euch und ihr habt es bisher noch nicht gecheckt, dass es so ist, weil viele sich einfach nicht trauen, das zu sagen und einfach auch mal den Mund aufzumachen und sich Hilfe zu holen, weil es einfach sauschwer ist. Deshalb, ruft doch mal eure Freunde, euren Freundeskreis oder Eltern, Familie, wen auch immer, die, an die ihr denkt, ruft die einfach mal an, fragt mal, wie es denen geht, schreibt denen eine Nachricht. Oder wenn es möglich ist, trefft euch mal auf den Spaziergang und horcht mal in diese Menschen rein, seid für die Menschen da, weil es wäre so schade, wenn dieses Thema von psychischen Krankheiten und Mental Health einfach nicht mehr Gehör findet. Es ist ja leider aktuell so, dass es für viele ein Tabuthema ist und immer noch sich viele einfach nicht trauen, da was zu sagen und deshalb, wir können entgegenwirken, wenn es uns selber gut geht, indem wir einfach für andere Menschen da sind und ihnen das Gefühl geben, sie können zu uns kommen, wenn was ist und wir helfen ihnen, auch wenn man im ersten Augenblick das Gefühl hat, man kann vielleicht gar nicht helfen, weil man ist ja selber keine Therapeutin oder kein Therapeut, aber indem man ein offenes Ohr hat, kann man immer helfen. Also, checkt doch mal aus, guckt mal euer Handy durch, wenn ihr das so habt, ruft mal an, schreibt mal und helft sozusagen allen Menschen eurer Umgebung, indem ihr einfach nur für sie da seid. Das war es von mir, wichtiges Thema, gibt auch viele gewichtige andere Themen, aber das liegt mir gerade so sehr am Herzen. Bis bald!